Valentina Doronina hat besten Sexlebens mit ihrem Kahn Valentina Doronina, 22, packt über das Liebesleben mit ihrem verlobten Kahn Kaplan aus. Das Paar war wenige Tage nach dem Exit der Influencerin aus dem Promi Big Brother Haus zu Gast bei Promi Big Brother, die Late Night Show. Dort bekam die 22-Jährige die Frage aller Fragen gestellt. Ihr Liebster machte ihr einen Heiratsantrag. Seitdem ist das Paar verlobt. Nun sprach Vale mit Promi Flash über ihre Beziehung und das Sexleben mit ihrem Verlobten. Im Gespräch mit Promi Flash packte Valentina über die Beziehung zu ihrem Verlobten aus, wir sind auf jeden Fall sehr liebevoll und geben uns sehr viel Nähe. Zudem hat er recht, dass wir uns auf einer körperlichen Ebene sehr gut ergänzen. Vor allem über die intimen Momente mit ihm schwärmte der reelle DTV-Star sehr, mit ihm hatte ich bisher den besten Sex meines Lebens, echt unglaublich. Komma, Kahn weiß auf jeden Fall im Bett, was er tut und gibt mir die Liebe, Zuneigung und Nähe, die ich brauche. Für ihren Verlobten fand Valentina außerdem noch diese liebevollen Worte, er ist ein richtiger Gentleman, der mir jeden Morgen Frühstück macht und mir jeden Wunsch von den Lippen abliest. Jedoch gäbe es auch einige Streitpunkte, wie sie zugab, denn Kahn sei sehr eifersüchtig und habe Verlustängste. Aber das sei keine aussichtslose Situation.